Vielen, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin eingeladen worden, um ein bisschen was zu erzählen zu OER, habe das betitelt OER in der Praxis, ein paar Herausforderungen und ein paar Möglichkeiten aus Sicht eines Praktikers. Wenn man, wenn Sie die Folien, oder ich bleibe mal direkt sozusagen beim Workshop, wenn ihr die Folien haben möchtet, ich kann den Link nachher auch direkt in den Chat tun. Die gibt es auf jeden Fall. Vielleicht ein kleiner Disclaimer zum Anfang. Ich würde mich jetzt selber nicht als ein super OER-Experte bezeichnen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Erfahrungen auf dem Gebiet, bin wie gesagt von Hause aus Ingenieur, betrachte das Ganze auch ein bisschen so vielleicht durch die technische Brille und gar nicht so sehr durch die hochdidaktische Brille, aber da ich hier zu einem Kreis von Physikern und Physikerinnen spreche, passt das vielleicht auch ganz gut. So, noch ein paar organisatorische Hinweise. Also wie gesagt, die Folien kann ich im Nachgang gern verteilen. Ich probiere auch mal parallel das hier aufzuzeichnen. Wenn es klappt, werde ich es nachher hochladen. Dann könnt ihr das auch gern, oder könnt ihr das gern nochmal an Kolleginnen weiterleiten. Und wenn es Fragen gibt, ich habe ein paar Möglichkeiten zwischendurch Fragen zu stellen. Ansonsten Fragen vielleicht einfach in den Chat notieren. Dann können wir auf die am Ende auf jeden Fall drauf zukommen. So, und ich würde mit einer kleinen Umfrage starten, drei Fragen zum Einstieg. Ich versuche mal, das ist hier immer ein bisschen kritisch, diesen Link zu kopieren und den hier mal in den Chat zu tun, wenn ich denn den Chat finde. Da ist der Chat. Und zeige mal, wer jetzt das irgendwie mit einem zweiten Endgerät, mit einem Handy machen möchte, kann das auch gern tun. Ich lasse mal diesen QR-Code hier noch einen kurzen Moment offen und wechsle dann mal in den Browser mit diesen drei kleinen Fragen zum Einstieg. Nämlich, wie schätzt du dein Wissen über OER und die CC-Lizenzen ein? Wie oft nutzt du OER-Materialien von anderen? Und wie oft teilst du OER-Materialien von anderen? In der Skala von niedrig oder selten bis hoch und oft. Ich habe da mal so eine 1 bis 10 Skala, hängt dahinter mit Werten. Und mal schauen. Also vier Leute sind jetzt offensichtlich auf der Seite und haben hier Antworten eingetippt. Und dann ergibt sich hier sowas wie so eine kleine statistische Verteilung. Jetzt sind es schon fünf. Ich warte mal noch ein paar Sekunden ab. Jetzt sind es acht. So, und also, ja, das Wissen ist breit verteilt. Es gibt ein paar Leute in der Mitte, ein paar Leute, die sagen eher, eher so gar nicht. Und, ja, das hier findet halt, findet halt eher selten statt. Und vielleicht das Nutzen von anderen noch ein bisschen häufiger als das Teilen. Na gut, okay, das, jetzt sollten wir sozusagen zehn Antworten haben. Da ändert sich aber nicht viel an der Verteilung. Okay, vielen Dank dafür. Gibt einen kleinen Einblick. So, okay, also worüber möchte ich weiter sprechen? Ein bisschen über, ja, die Grundlagen von OER, von Open Educational Resources und über die dahinterstehenden Lizenzmodelle. Und dann würde ich einfach ein paar Plattformen vorstellen. Habe das ein bisschen unterteilt in Inhaltsplattformen und in Informationsplattformen und zeige dann noch ein paar nützliche Werkzeuge. Und, ja, dann ist mit denen halt leider noch nicht, sind noch nicht alle Probleme gelöst. Also, am Ende bleiben noch ein paar offene Punkte, auf die würde ich dann am Schluss eingehen. So, zu den Grundlagen und Lizenzen. Jetzt kann man sich halt fragen, okay, überhaupt, was heißt diese Abkürzung OER? Ich glaube, das wissen die allermeisten. Ich habe es trotzdem natürlich nochmal aufgeschrieben. Sollte man auf jeden Fall mal machen. Abkürzungen mit einem Vortragstitel sind ja generell keine gute Idee. Also, es geht um Open Educational Resources, auf Deutsch übersetzt könnte man sagen, offene Bildungsmaterialien oder vielleicht freie Bildungsmaterialien, die man eben mit einer entsprechend freien Lizenz nutzen kann, teilen kann, von anderen verwenden kann. Und dafür, also um diese ganzen Möglichkeiten, die es da so gibt, ein bisschen zu beziffern, gibt es die sogenannten 5Rs auf Englisch, von David Wiley mal aufgeschrieben. Die habe ich hier an die Seite getan. Und, naja, wenn man das auf Deutsch übersetzt, würde man vielleicht sagen, die 5V-Freiheiten. Also, wenn das freie Bildungsmaterialien sind, dann darf man die halt verwahren. Und man darf die überhaupt erstmal speichern auf dem eigenen Computer. Und man darf die auch vervielfältigen und kopieren, was natürlich bei elektronischen Materialien viel, viel, viel einfacher ist, als wie das früher vielleicht mal der Fall war, wenn man halt irgendwie so Kopiervorlagen hatte und das alles Papier und Bücher und sozusagen totes, bedrucktes Holz war. Man darf sie verwenden mit seinen Lernenden, mit Schülerinnen, mit Studierenden. Man darf sie weiterverarbeiten. Letztendlich kann man sich ja fragen, wenn man irgendwie elektronisch das macht, ist das ja fast immer direkt irgendwo eine Weiterverarbeitung. Wenn ich ein Bild irgendwo rausnehme und woanders reintue, das Bild skaliere, habe ich das ja im Prinzip schon verarbeitet. Ich darf es vermischen und ich darf es auch wieder weiterverbreiten. So, und die Lizenzen, die dahinter stehen, in den meisten Fällen, sind sogenannte Creative Commons Lizenzen und dieses Bild veranschaue ich das in meiner Sicht auf die Kürze der Zeit ganz gut mit so einer Art Signalflussplan. Also ich habe hier ein Material und dann gibt es so verschiedene Weichen und ich kann mich immer entscheiden, dürfen andere mein Material teilen? Wenn nicht, dann kann ich keine offene Lizenz drauf packen. Wenn ich sage, ja, okay, das darf geteilt werden, aber es darf nicht bearbeitet werden, dann gibt es eben diese ND-Lizenzen. ND steht für Non-Derivative und dann gibt es immer noch die beiden Varianten. NC steht für Non-Commercial, wobei man gerade diesen Punkt, was ist kommerziell, was ist nicht kommerziell, schon auch sehr diskutieren muss. Also wenn eine Uni ein Weiterbildungsangebot zum Beispiel für Externe anbietet, dafür Teilnahmegebühr verlangt, ist das dann schon ein kommerzielles Angebot, ja oder nein. Und dann gibt es eben diesen Abzweig, ja, es darf eben auch bearbeitet werden und wenn ich am Ende sage, dass darauf alles mitgemacht werden, ich verzichte sogar darauf, dass ich als Urheber genannt werde, dann wäre es diese ganz einfache klassische gemeinfrei CC Zero Lizenz und ansonsten dieses Kürzel bei, gibt eben an, der Urheber, die Urheberin muss benannt werden und dieses SA ist Same Attribution, es muss eben unter den gleichen Bedingungen wieder verteilt werden. So, und dann ergibt sich eben so dieser Strauß der Creative Commons Lizenzen aus diesen verschiedenen Möglichkeiten. So, und damit würde ich gern einfach, um das auch ein bisschen interaktiver zu gestalten, eine zweite kleine Umfrage machen. Suche mal wieder das Chatfenster und packe den Link da rein und warte mal wieder ein paar Sekunden ab, sodass möglicherweise ein paar Personen das auch noch mal mit dem Mobiltelefon scannen könnten. und wechsle dann mal auf die entsprechende Seite. Ziehe mal das Browserfenster wieder hier runter. Was sind aus deiner oder aus ihrer Sicht dann Vorteile von OER oder vielleicht auch, wenn man sie jetzt noch nicht so häufig genutzt hat, was könnten Vorteile von OER sein? So, und bis jetzt ist noch niemand auf der Seite, das wundert mich etwas. Okay, okay, da kommen ein paar Sachen dazu. Und da steht jetzt sowas wie didaktisch erprobtes Material. Ja, genau, das ist natürlich so eine Idee, wenn man von anderen Personen was nutzt, die das vielleicht schon mit ziemlich viel Erfahrung eine ganze Weile nutzen, dann, und, und, und vielleicht, was halt dazu kommt, okay, wenn Personen sich trauen, das halt auch irgendwie so ins Internet zu stellen, dass andere das nutzen können, dann kann das ja vielleicht gar nicht so falsch sein, dann ist das bestimmt erprobt. Teilen von Klausuraufgaben ist ein Riesenpunkt, gerade wo wir eben schon über authentische Prüfungsformate mit individualisierten Aufgaben aus möglichst großen Prüfungsaufgabenkatalogen gesprochen haben. Das spart natürlich auch Zeit und erhöht die Zugänglichkeit für Studierende, wenn sie mal später nach dem Studium Sachen nochmal nutzen wollen. Und diese Zeitersparnis lesen wir auch nochmal mit höherer Effizienz und schnellerem Arbeiten. Warum muss man das Rad jedes Mal neu erfinden? Warum kann man nicht einfach das Rad, was sich schon ganz gut dreht, von dem man vorher nutzen? Okay, sehr gut. Vielen Dank dafür. So, dann scrolle ich mal einfach relativ schnell durch ein paar OER-Plattformen. Die erste, die ich ja mal gewählt habe, ist die, die nachher vermutlich auch noch ein bisschen intensiver vorgestellt wird. Orca NRW, das Landesportal für Studium und Lehre, versteht sich aus meiner Sicht so ein bisschen wie so ein One-Stop-Shop für alles, was digitales Studium und digitales Lernen und digitale Lehre betrifft. An den Hochschulen, an den Universitäten im Bundesland NRW und versteht sich aus meiner Sicht auch so ein bisschen eben als natürlich dann OER-Plattform. Und ist aus meiner Sicht vielleicht auch tatsächlich, obwohl es sie noch gar nicht so lange gibt, mittlerweile vielleicht so etwas wie die größte OER, die größte deutsche OER-Plattform, zumindest so im Hochschulbereich. Wenn man mal auf internationale Ebene guckt, gibt es OER Commons als große Datenbank, wo man nach OER-Materialien suchen kann. Dann gibt es auch aus dem deutschsprachigen Bereich ORSI. Einfach auch wie eine Suchmaschine kann man nach seinem Fachbereich suchen und mal reinschauen, was es da so gibt. Ziemlich etabliert, schon bestimmt 25 Jahre alt fast, ist die ZUM, die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Die kommt eher so aus dem schulischen Bereich, also Grundschule und weiterführende Schulen und Gymnasien. Da wird man da fündig, aber dann eben auch zu allen möglichen Themen. Ich glaube, die Physik ist da auch recht gut drin vertreten. Und als Meta-Suchmaschine, die so über verschiedene OER-Suchmaschinen hinweg sucht, gibt es auch noch so das OER-Hörnchen. Da kann man auch halt einfach nach Sachen suchen. So ein bisschen aus meiner Sicht ist es eben so, also ich habe den mit Absicht vermieden, jetzt könnte man hier wieder diesen guten alten XKCD-Meme anbringen. Was? Es gibt 13 verschiedene Standards für Audiokompressionen. Da muss doch mal einer oder einen Standard entwickeln, der irgendwie alle Probleme abdeckt. Und ein Jahr später, was? Es gibt 14 Standards für die Audiokompressionen. Also so ein bisschen ist das auch aus meiner Sicht vielleicht manchmal mit den OER-Suchmaschinen. Es gibt eine ganze Menge von denen. Also es ist dann manchmal ganz cool, wenn es eben so Meta-Suchmaschinen gibt, die über viele hinweg suchen. Weil aus meiner Sicht, wenn ich da jetzt als Elektroingenieur noch Materialien suche, na ja, dann guckt man da halt mal so rein, findet dann was. Das sieht ganz nett aus, so richtig passt es aber nicht. Und dann erfindet man irgendwie doch am Ende das Rad neu und hat dann aber so im normalen Uni-Alltag nicht die Zeit, seine Sachen wieder irgendwo vernünftig zu verschlagworten und hochzuladen. Und das war dann auch wahrscheinlich meist das erste und einzige Mal, dass man dann solche Plattformen, solche Suchmaschinen reingeschaut hat. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Content-Plattformen, wo man eben Inhalte findet und auch seine eigenen Inhalte meistens nicht direkt hochladen kann, aber zumindest irgendwo verlinken kann. So, dann gibt es noch ein paar Informationsplattformen, wo man jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie mehr über das Thema OER wissen. Ich möchte wissen, was vielleicht noch so gute Best Practices sind, wie man OER managen kann, was so irgendwie Goldstandards sind für Dateiformate, die man da verwendet. Dann gibt es eine sehr gute deutsche Seite, OER-Info unter der ziemlich länglichen URL openeducationalresources.de. Das ist so aus meiner Sicht eben auch so ein One-Stop-Shop für alle möglichen Informationen, die man suchen kann. Jointly ist auch eine solche Plattform, auch eine solche Initiative, die auch insbesondere so OER-AkteurInnen in der Praxis unterstützen möchte. Also auch das Ganze eben so ein bisschen aus praktischer Sicht beleuchtet. Dann gibt es die OER-Camps. Das waren früher vor der Pandemie so regelmäßig stattfindende Treffen, wo auch Leute aus Hochschulen, aus Schulen, aus dem Third Space um Universitäten ringsherum sich getroffen haben, um sich zu Open Educational Resources auszutauschen. Jetzt in der Pandemie haben die Leute dort eine ganze Menge Webinare erzeugt, wo man Infos findet und haben eine solche OERs, eine mit dem launigen Titel Summer School, eine Summer School zum Thema OER gemacht, wo es auch viele Workshops, viele Online-Formate gab, die zum Teil aufgezeichnet wurden, die man immer noch auf der Seite findet und sich dort anschauen kann nachträglich. Es gibt eine OER-Worldmap, wo man mal so schauen kann, halt einfach auf einer Weltkarte und natürlich auch auf einer Deutschlandkarte, okay, was gibt es da so vielleicht in meiner Nähe für Leute, die sich mit OER beschäftigen, mit denen ich mich auch mal, vielleicht wenn es sich anbietet, weil ich mal an der Partnerhochschule bin oder so auf dem Kaffee treffen kann und über das Thema austauschen kann. Und damit komme ich mal zu einer weiteren kleinen Umfrage, nachdem wir jetzt schon ein bisschen in diese Plattform reingeschaut haben und ich von ein paar Erfahrungen von mir berichtet habe. Die nächste Frage, was sind deiner oder eurer oder ihrer Meinung nach die drängendsten Nachteile von OER? Ja, und ich lasse mal diese Seite mit dem QR-Code auch wieder einen kurzen Moment noch offen. Der Link ist schon im Chat und gehe dann gleich mal auf die entsprechende Seite in meinem Browser. und gucke mal, bis jetzt ist da, jetzt passiert was, deswegen ziehe ich die Seite mal nach unten und wir sehen sowas wie unübersehbare Vielfalt, ja, definitiv. Also ist halt so ein bisschen so wie im Internet, ne, also wenn man halt im Internet nach irgendwas sucht, dann ist es auch ziemlich schwierig, auf den ersten Blick zu sehen, ist das, ist das was Gutes, ist das was Nützliches, ist das eher nicht so toll, insbesondere dann, wenn das Videos sind, also so ein Text oder ein Dokumentenbericht, das haben wir, glaube ich, alle lange genug gelernt, den auch mal so ein bisschen schnell zu scannen und diagonal zu lesen und zu gucken, das ist nützlich, das ist nicht nützlich. Das ist aus meiner Sicht definitiv ein Nachteil von Videos, Videos kann man nicht so schnell scannen, man kann nicht so da mal schnell durchscrollen, sich das in 20-facher Geschwindigkeit angucken und dann trotzdem sagen, das war jetzt ein gutes Video oder nicht. Aber diese unübersehbare Vielfalt, das ist natürlich auch ein Problem, mit dem unsere Studierenden kämpfen, ja, und mit dem sie halt auch in so, um noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen, Open-Web- und Open-Book-Prüfungen kämpfen, also nur weil man halt den Studierenden erlaubt, ihr könnt jetzt auch mal im Internet recherchieren, ist natürlich erstmal dann trotzdem die große Frage, wo genau recherchiere ich da und welchen Quellen vertraue ich da und so weiter. Und es ist definitiv schwer, Gutes zu finden. Urheberrechtliche Geschichten sind immer noch definitiv ein Problem und diese Passung, das ist auch was, was mir halt ziemlich oft aufgefallen ist, wenn man Sachen von anderen nutzt, insbesondere dann so in der Mathematik, in der Elektrotechnik, ist das die gleiche Notation, die gleichen Formelzeichen, die man selbst verwendet. Ansonsten ist das natürlich für Studierende wieder total schwierig, wenn man selbst benutzt irgendwie dieses Formelzeichen und dann im Video ist das auf einmal ein anderes und ist das jetzt das Gleiche, ist das nicht das Gleiche, damit gemeint und so weiter und so fort. Genau, und das zielt wir so in die gleiche Richtung, ja, das ist ja schon auch das klassische Problem, man hat ein deutsches Buch, man hat ein angloamerikanisches Buch zur gleichen Thematik, wie werden Vektoren gekennzeichnet und so weiter. Und diese unübersehbare Vielfalt ist natürlich so was ähnliches wie ein Überangebot und okay, Notation ist definitiv ein Problem, da können wir vielleicht ganz am Ende nochmal drauf hinkommen. Okay, vielen Dank. Dann ein paar wenige Werkzeuge, natürlich viel, viel mehr, die aus meiner Sicht nützlich sind, wenn man jetzt mit OER umgeht und selber sozusagen OER nutzen will, ist ja immer nur eine Frage, wie gebe ich denn richtig die Lizenz an bei der Nutzung? Und da gibt es eine ziemlich aus meiner Sicht nette kurze Regel, die man sich auch ganz gut merken kann. Das ist die TULU-Regel, wobei jeder Buchstabe in diesem TULU-Wort eben für einen Hinweis gilt, den man in dem Urheberrechtshinweis angeben muss oder zumindest mal angeben sollte. Manchmal geht das auch gar nicht, manchmal hat ein Material gar kein Titel, wenn das irgendwie ein einzelnes Foto ist, was auf irgendeiner Fotoplattform hochgeladen ist, hat da die Person, die das hochgeladen hat, manchmal gar kein Titel dran geschrieben, aber im Normalfall hat natürlich ein Material einen Titel, es hat ein Urheber, eine Urheberin, es gibt eine Lizenz dazu, es gibt irgendwie einen Link, eine DOI, eine URL, was auch immer, wo man diese Information findet. Und, ähm, also, wo man den Link zu dem Lizenztext findet und es gibt einen Ursprungsort, wo man das Material findet. Das sind die fünf Buchstaben von dem TULU. Und, also, bei den Lizenzen kann man sich jetzt drüber streiten, ich habe jetzt hier, wenn ich mal auf meine Folie unten gehe, also, diese Infografik habe ich mir natürlich auch nicht selbst ausgedacht, hier unten ist dieser Lizenzinweis angegeben, da ist auch so, dass diese Lizenz, also, dass diese Grafik, ja, also, vielleicht ist das der Titel, aber so einen richtigen Titel hat die nicht, deswegen habe ich hier nur Infografik hingeschrieben und die ist eben zur Verfügung gestellt unter CC BY 4.0 und wenn ich jetzt hier draufklicken würde, hier würde sich jetzt tatsächlich der Link in der Verwerbung muss man auch immer so ein bisschen gucken, ob man halt elektronische Sachen hat, dann kann ich natürlich einfach einen Link verlinken, wenn ich das jetzt drucke, wäre es tatsächlich eigentlich gar nicht so verkehrt, diesen Link hier, der hier unten ganz klein gezeigt ist, zu der Creative Commons Lizenz da auch womit anzufügen. So, und wenn man jetzt schon sagt, oh Gott, das ist mir alles viel zu kompliziert, darf ich mich überhaupt gar nicht mit beschäftigen in meinem normalen Berufsalltag, hat man natürlich absolut recht. Und dafür gibt es diese nette Seite, es gibt einen Lizenzhinweis-Generator, der sich so ein bisschen aus dem Dunstkreis der Wikipedia und Wikimedia entwickelt hat und der funktioniert für alle Bilder und für alle Quellen und für alle Audio- und Video-Artefakte, die man so in der Wikipedia und bei Wikimedia findet. Also man hat irgendwie ein nettes Bild gefunden, was zur Physik passt, keine Ahnung, von einer Helmholtz-Spule oder so auf der Wikipedia und sagt dir, das ist dieses Bild, das würde ich gerne mal in meinem Skript verwenden. Was muss ich da für eine Lizenz dran packen? Und dann geht man auf diese Seite, sagt hier dieses Bild von der Wikipedia, das ist es und dann fragt dieser Lizenzhinweis-Generator, soll das ein Online-Skript werden oder soll das sozusagen ein gedrucktes Skript werden? Und je nachdem, was man dann antippt, kriegt man dann eben den passenden Lizenzhinweis, den man dann einfach irgendwo in die Nähe des Bildes mit hinpackt. Ein ziemlich praktisches Werkzeug. Und dann gibt es noch ein Werkzeug, was mal an der Erwathia Aachen entwickelt wurde, ein Converter, der sich so ein bisschen so versteht, also man möchte jetzt sein Material teilen, ist sich aber auch selber gar nicht so wahnsinnig sicher, was man da halt machen muss, wie diese Lizenzhinweise aussehen müssen. Kann man Material dort hochladen und kann sozusagen dann relativ automatisiert passende Lizenzhinweise zu generieren lassen. Ich habe das aber nur mal mit einem sehr kleinen Beispiel ausprobiert. Keine Ahnung, wie sich das tatsächlich in der Praxis schlägt. Aber was ich damit sagen will, auch für dieses Problem gibt es zumindest erstmal irgendwie so den Anschein einer Lösung, dass da Leute drüber nachgedacht haben. Okay, damit komme ich zum Schluss und wird noch auf ein paar offene Punkte sozusagen eingehen. Also was aus meiner Sicht ein einigermaßen gelöstes Problem ist, ist, dass über diese Creative Commons Lizenzen so eine Plattform, eine Basis dafür geschaffen ist, dass man Bildungsmaterialien dann einigermaßen rechtssicher austauschen kann, wenn man die halt mit einer entsprechenden Lizenz versieht und auch diese Lizenz und Urheberrechtshinweise wieder bei der jeweiligen Nutzung mit angeht. Was noch so ein paar verbleibende Herausforderungen sind, und so die Sichtbarkeit dafür an Hochschulen oder auch einfach so die Wertschätzung an Hochschulen aus meiner Sicht fehlt noch so ein bisschen. Wenn man jetzt Professor ist, Professorin, ist das relativ klar, das, was man da erstellt, das gehört einem selbst. Kann man machen, was man möchte. Kann man irgendwie einen Verlag verkaufen und die Uni muss das dann wieder, oder die Studierende müssen das dann wieder für Geld von dem Verlag zurückkaufen, was eigentlich mal sozusagen man als Professor, als Professorin öffentlich bezahlt, da irgendwie so geschrieben hat. Also kann man sich auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht so wahnsinnig sinnvoll ist. Aus meiner Sicht nicht. Wenn man das jetzt aber als wissenschaftlicher Mitarbeiter macht, so wie ich, ist das total unklar, wem dieses Material gehört, das eben wissenschaftliche Mitarbeitende, ja Personen für besondere Aufgaben und so erstellt. Gehört das Ihnen selbst? Gehört das der Uni? Wer darf darüber entscheiden, was man damit macht? Hilft total, wenn eine Hochschule, wenn eine Uni dann so eine OER-Policy hat, wo halt drinsteht, ja also auch das, was studentische Hilfskräfte erstellen oder das, was eben wissenschaftliche Mitarbeiter erstellen, wenn sie das möchten, darf unter einer freien Lizenz wieder geteilt werden. Dann brauchen wir natürlich, also trotz dieser ganzen Plattformen und trotz der ganzen technischen Möglichkeiten, die uns das Internet da bietet. Auf jeden Fall in den Menschen drin, so eine Kultur des Teilens. Also man kann halt irgendwie die tollste technische Lösung haben, die tollste Plattform der Welt. Wenn Leute da einfach nicht mitmachen wollen, weil sie da keinen Sinn drin sehen, dann bringt das auch alles nichts. Qualitätssicherung ist so ein Thema, was immer wieder genannt wird. Also wenn ich dann jetzt eben keine Materialien mehr aus einem Schulbuch oder aus einem Lehrbuch von dem Springer Verlag meinetwegen nehme, um mal hier irgendwie einen plakativen Namen zu nennen, sondern von irgendwie Person XY aus dem Internet. Woher soll ich denn wissen, dass das irgendwie qualitätsgesichert ist und dass da alles stimmt, was da drin steht? Kann definitiv ein Problem sein. Letztendlich muss man das als Lehrperson auch irgendwie selber entscheiden und manchmal selber entscheiden können und müssen. Und ja, auch nicht alles, was in angeblich total super qualitätsgesicherten Lehrbüchern drinsteht, stimmt halt. Und wenn man jetzt meinetwegen Informationen aus der Wikipedia bezieht, dann besteht da aus meiner Sicht zumindest die Chance, dass da viele Leute drauf gucken und sagen, da ist da an der Stelle, das stimmt jetzt aber nicht so ganz. Und dann eben auch die Chance haben, das zu verbessern und zu korrigieren. Was jetzt in so einem klassischen Lehrbuch seltener passiert, sage ich mal so, weil es einfach schwieriger ist, das gedruckte Papier dann zu ändern. Und also was vielleicht übergeordnet noch so ein bisschen helfen würde, ist eine OER-Strategie des Bundes, an der auch seit mehreren Jahren gearbeitet wird mit, naja, ich sage mal, zweifelhaften Fortschritt und wenig Erfolg. Aber ja, immerhin gibt es da auch so ein bisschen Sichtbarkeit oder Bewusstsein halt dafür. Und dann, wenn man noch ein bisschen zurückguckt auf die technische Ebene, wie macht man das tatsächlich? Also es ist ja schön, Material bereitzustellen, aber, wie vorhin schon angesprochen, Thema Notation. Ich würde jetzt gerne mal hier sagen, ich will bei mir Vektoren eben nicht mit einem Pfeil drüber haben, sondern fett gedruckt, weil das ist halt meine übliche Schreibweise. Und jetzt ändere ich das halt überall. Wie kriege ich das wieder anderen Leuten vernünftig zur Verfügung gestellt? Und wenn jetzt meinetwegen jemand in dem Skript oder in dem Foliensatz oder in den Übungsaufgaben oder was auch immer halt einen anderen inhaltlichen Fehler korrigiert und ich möchte jetzt diese Änderung in meine Version übernehmen, aber trotzdem natürlich automatisch wieder meine andere Schreibweise halt anpassen, wie geht man damit technisch um? Es gibt dann im Softwarebereich sehr gute Werkzeuge dafür, Git und so, Mercurial als Versionskontrollsysteme. Das funktioniert natürlich dann so für OER-Materialien nur, wenn man die halt zum Beispiel in Latex schreibt, also was dann auch wieder Quelltexte sind. Aber dieses Nachvollziehen von Änderungen, ich habe jetzt selber bei mir festgestellt, oh, da ist aber ein ganz schlimmer Tippfehler hier in meinem Skript drin, was ich schon seit fünf Jahren im Internet teile, jetzt würde ich mal allen Leuten, die das halt irgendwie bisher genutzt haben, eine Meldung schicken und sagen, pass mal auf, da ist irgendwie ein grober Fehler drin, ändert das mal. Das ist, glaube ich, noch ein sehr dickes Brett, was man so in der OER-Community bohren muss, wie man damit umgeht. So, vielleicht kriegen wir dann nichtsdestotrotz damit mal dieses Ding mit der Zahnbürste. Ja, wir kennen alle diesen schönen Spruch, man würde mit seiner Nachbar, Lehrstuhl, Lehrperson eher die Zahnbürste teilen als die eigenen Lehrmaterialien. Vielleicht kriegen wir dieses Problem damit dann schlussendlich doch mal irgendwann gelöst. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch mal eine kleine Umfrage und würde dafür auch noch mal den Link in den Chat kopieren und noch mal fragen, welche Fragen sind denn zu OER noch offen im Moment? Auf die wir jetzt vielleicht im Nachgang noch eingehen können. Ich schaue auch gerade schon mal parallel in den Chat, da ist bisher keine Frage aufgeploppt, aber vielleicht passiert ja jetzt noch was. Ich warte mal einfach noch ein paar Sekunden ab und nehme mal noch einen Schluck von mittlerweile leider schon kalten Kaffee. So, und da, jetzt passiert was. Und eine Frage ist, ja, kann man den Lizenzangaben, die man findet, glauben? Ja, total gute Frage. Also ein Problem, was natürlich sein kann, ist, dass jemand ein eigentlich urheberrechtlich geschütztes Foto nimmt, das zum Beispiel auf eine freie Fotoplattform wie Pixabay hochlädt und dort entsprechend mit irgendwie einer freien Lizenz versieht und diese Fotoplattform beim Hochladen das auch nicht weiter prüft, ob dieses Foto eigentlich irgendwie andersweitig oder überrechtlich geschützt ist und man lädt es herunter in dem Glauben, es hat eine freie Lizenz und dann kommt irgendwie doch zehn, zwei Monate später irgendein Abmahnanwalt um die Ecke und verklagt einen, weil man ja das dann ursprünglich doch überrechtlich geschützte Foto benutzt hat. Das ist ein nicht auszuschließendes, aber trotzdem so ein bisschen Hätte-wäre-wenn-Szenario. Also wenn man sich ganz, ganz, ganz sicher sein möchte, dann ist es halt einfach gut, immer dann, wenn man ein Foto oder irgendwie einer Quelle verwendet, einfach, also diese Internetseite nochmal irgendwo praktisch als PDF abzuspeichern, auszudrucken, wo man dieses Foto und einen entsprechenden Hinweis, Lizenzhinweis findet. Also dass man dann im Nachgang, im Zweifel irgendwas in der Hand hat und sagen kann, ja, ich habe dieses Foto von hier benutzt und siehe, da steht halt eine freie Lizenz dran. Inwieweit das rechtlich Bestand hat, ob es da schon mal irgendwie Präzedenzfälle gab, in denen sowas vorgekommen ist, mag ich nicht sagen. Okay, und Verwendung von Abbildungen und Aufgaben aus Büchern möglich. Wenn es klassische Lehrbücher sind, die unter einer nicht Creative Commons Lizenz stehen, dann muss man sagen, ein ganz klares Nein. Nein, es gibt aber auch so Urheberrechtsschranken, da bin ich aber jetzt auch kein Experte für, die sagen, wenn man, also erstmal, wenn man halt diese Abbildung nicht einfach nur verwendet, weil es eine nette Abbildung ist und sagt, die schmückt jetzt hier irgendwie einfach mein Skript, sondern mit dieser Abbildung in einer gewissen Weise umgeht, also die diskutiert, da irgendwelche Vor- und Nachteile an dem Schema oder so, was da dargestellt ist, diskutiert, dann ist das durch das Zitatrecht gedeckt und ansonsten gibt es auch so Urheberrechtsschranken, dass wenn man jetzt aus einem Buch, aus einem Lehrbuch gewisse Anteile für sein eigenes Skript benutzt, wenn das nicht mehr als so und so viel Prozent sind und wenn das nicht mehr als das und das, im Zweifel sind immer die Kollegen von den Hochschulbibliotheken, von den Universitätsbibliotheken, sehr fit in diesen ganzen Regelungen, auch was da immer mal alle paar Jahre rechtlich novelliert wird und beraten einen als Lehrperson da sehr gern, was halt solche Fragestellungen angeht. Also ich kann da zumindest auch in Magdeburg-Kollegen immer sehr gut an die Universitätsbibliothek verweisen, würde vermuten, dass das an anderen Hochschulen ähnlich gut funktioniert. Ja, und ansonsten, also was man halt natürlich auch immer irgendwie machen kann, da kann man sich ja auch darüber streiten, ob das dann so wahnsinnig zielführend ist, wenn man halt solche Abbildungen selber nochmal irgendwie nachzeichnet, dann ist es aber trotzdem am Ende irgendwie die gleiche Abbildung, ja, nur weil man die jetzt nochmal irgendwie selber in irgendeinem anderen Programm nachgestellt hat. Also Abbildungen aus Büchern, Aufgaben, wäre ich immer vorsichtig. Was man natürlich irgendwie machen kann, ist, man kann halt den Verlag fragen, auch wenn man Abbildungen nimmt, zum Beispiel aus so Firmenbroschüren, aus irgendwelchen Application Notes, aus irgendwelchen White Papers, zum Beispiel, wenn es jetzt wieder so um den Bereich der Messtechnik geht, einfach bei den Firmen nachfragen als Urheber, meistens haben die da auch nichts gegen, weil das natürlich auch irgendwo wieder Publicity und Öffentlichkeitsarbeit und so Werbung für sie ist. So, und bei diesem, ich bearbeite ein Material und möchte dies weiter teilen, wird der Erstauto noch mitgenannt? Rein prinzipiell ja. Wobei, da muss man auch mal nachher irgendwie so ein bisschen in der Praxis gucken, also wenn ich jetzt, irgendwer hat mal was erstellt und wenn ich dann jede Bearbeitung da irgendwo angebe, na, dann wird der Lizenzhinweis irgendwann so lang, das ist dann auch nicht mehr so ganz praktikabel. Aber da verweise ich mal auf oehrinfo.de, da gibt es ein paar nette Artikel, in denen genau das diskutiert wird, also wo es auch so schöne Beispielfälle gibt, jemand erstellt das, die Person nutzt das, dann kommt auch ein Dritter dazu und adaptiert das wieder, oder wie sieht dann der Lizenzhinweis aus? Da gibt es auf jeden Fall gute Artikel zu im Internet, in denen das entsprechend erklärt wird. Aber, aber sehr gute Fragen. So, in diesem Sinne, vielen Dank dafür. Um, um diese Fragen zu klären, gibt es noch einen letzten Link-Tipp, und zwar OER-FEQ. Antworten auf, also die haben das recht provokant genannt, Antworten auf alle Fragen rund um OER. Ja, ich würde mal sagen, Antworten auf viele Fragen rund um OER. Könnten wir jetzt mal, mache ich jetzt aber nicht auf diese Seite gucken, ob man da Antworten auf diese Fragen gibt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Kolleginnen dort, die das machen, auch so offen sind, wenn man eine Frage hat, wo man meint, dass man keine Antwort auf diese Frage, auf die Sendendetseite findet, dann würden sie sozusagen eine Antwort dazu schreiben und die auch noch auf die Sendendetseite veröffentlicht. Und im Moment gibt es keine Ahnung, so um die 150 oder so 200 Fragen und passenden Antworten zu OER auf die Sendendetseite. Das ist schon ein ganz gutes Kompendium, eine ganz gute FAQ. So, und damit bin ich am Ende. Bedanke mich für die Zeit, bedanke mich für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein. Es gibt keine weiteren Fragen im Chat, die noch zu klären wären. und deswegen beende ich an der Stelle auch einmal die Aufnahme.